Das ist cool. Das ist auch nicht schlecht. Oh, man sieht es auch schon da unten. Wir haben jetzt da unten so einen kleinen Kompass gekriegt. Jetzt ist das Auto weg? Jetzt ist das Auto da. Wo ist das Auto? Da ist das Auto. Am Süden des Tales? Okay. Da sind wir. You are here. Okay, das werden wir schaffen, da hinzukommen. Na toll. Ich bleibe hier, beobachte das Feld und melde, wenn was ist. Naja, war klar, dass du hier nicht rauswachst. War ja irgendwie klar. Ich kann in das Auto nicht einsteigen. Doch, jetzt. Na dann, wollen wir mal. Komm mal, ruf da. Hab ne Ewig Zeit. Das Sägewerk liegt am anderen Ende des Tales. Ah, okay. Und vor dieser Stelle wurde ich mittlerweile auch schon gewarnt. Dass es wohl eine nicht allzu tolle Stelle ist. Ich bin gespannt. Wo ist das Sägewerk hier? Ist das hier das Sägewerk? Nein. Sieht nicht da nach außen. Erstmal hier ein bisschen rumfahren und herausfinden, wo wir hier überhaupt was ist. Und das sieht auch nicht so wirklich nach dem Sägewerk aus. Aber das scheint ein riesen Geländer zu sein. Also nicht gerade allzu klein, wie ich finde. Sägewerk? Sägewerk. Das hier ist das Sägewerk. Okay. Wir sind am Sägewerk. Ich mach hier mal einen Safepoint. Sie haben Freeman geschickt, was? Guter Mann. Na klar, ich bin der Beste. Es sind ein Dutzend Strider nördlich von hier. Wir müssen sie von der Basis im Süden abhalten. Okay. Ein guter Schuss auf das Silo. Und wir können den Start vergessen. Und falls Strider nicht schlimm genug sind, die Aufklärung sagt, dass sie von Jägergruppen begleitet werden. Ach, nö. Okay. Ich möchte jetzt das... Achtung. Oh Gott. Ein Dringling am Nordperimeter. Ein Strider kommt aus Richtung der Kräne. Aus Richtung der Kräne. Ja, da hinten seh ich ihn auch schon. Aber ziemlich weit weg. Den krieg ich doch aus der Entfernung gar nicht getroffen. Dann fahr mal näher mit dem Auto ran. Ja, ja. Immer darf ich hier alles, Mann. Geh weg da. Jäger. Upsala. Oh. Oh, 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 oh. Lass mein Auto in Ruhe. Ha. Erledigt. Ja, das ist doch nicht allzu schwer. Das geht doch noch. Aber ich habe ja auch den Tipp bekommen. Was? Strider aufs Säge? Haben wir Sägewerk? Wo? Ich sehe keinen Strider. So. Hier wieder neu reinpacken. Wo ist der Strider? Was denn? Was denn? Was denn? Oh, what the fuck? Okay. Das war jetzt doch etwas übertrieben. Jäger? Ja, das sind Jäger. Auf jeden Fall. Überfahren wir sie einfach wieder. Und nächster Strider erledigt. Aber jetzt ist das Magnussen-Gerät da vorne kaputt. Also, wo ist das nächste Magnussen-Gerät hier? Hier hinten? Ja, das hätte ich dir auch so verraten können, dass sie zusammenarbeiten. Äh, wo ist hier das nächste Magnussen-Gerät? Da? Da drinnen? Ja. Aus Richtung Wasserturm? Das war doch das, wo wir im Kraterrand vorbeigefahren sind, oder? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wo ist dieser Strider? Ja. Da sind wir im Kraterrand vorbeigefahren. Ich mache mal wieder ein Safe-Point. Zur Vorsicht. So, wo ist der Strider? Strider? Ich höre ihn. Ich sehe ihn nur noch nicht. Strider? Ach, da. Oh, direkt zwei Jäger dabei. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann überfahren wir erstmal beide. Denn der Trick wurde mir gegeben. Die zu überfahren. Das wäre wohl das Sicherste und das, was am schnellsten geht. Und ich muss sagen... Ja, ihr hattet recht. Nein, was war das? Oh, dieser kleine, gemeine Jäger hier lebt noch. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe kein Magnussen-Gerät mehr. Also, schnell wieder hinfahren. Mal platz da. Ja, geil. Na, geil. Ja, was ist das denn? Jetzt muss ich hier auch noch um den seine Füße herumfahren. Geh weg da. Nein. So. Nicht auf mich schießen. Das ist... Fui, das macht man nicht. Raus hier. Raus hier? Ich muss da rein. Ich brauche kein Medikit, aber danke der Nachfrage. Aus Richtung der Kräne. Aus Richtung der Kräne? Na klar. Ja. Wie viele sind das bitte insgesamt? Wollen wir erstmal hier den erledigen. Äh, so, bitteschön. So, ja, nicht hier. Schnell ein Magnussen-Gerät holen. Und dann Richtung Kräne fahren. Wo auch immer jetzt die Kräne liegen. Aber wir scheinen relativ gut voranzukommen, finde ich. Oder ich stelle mich im Grad nicht allzu doof an. Das könnte natürlich auch sein. Äh, ich weiß jetzt nicht, was dabei zustimmt. Oder was dabei... Was jetzt darauf passt, aber... Das ist auf jeden Fall im Grad Adrenalin pur. Nervenkitzel. Ohne Ende. Hinten waren, glaube ich, die Kräne, oder? Die Kräne? Ja, hier hinten sind die Kräne. Gut. Wieder zwei Jäger. Wobei der eine Jäger jetzt eine Leiche ist. Nein, ich hab ihn nicht erwischt. Ich hab ihn nicht erwischt. Wo bist du? Da bist du. Jetzt hab ich dich aber erwischt. Bist du auch tot? Ja, er scheint tot zu sein. Zumindest seh ich ihn nicht mehr. Und erledigt. Sehr schön. Juhu! Genau, du sagst es. Juhu! Was ist hier? Hier ist auch wieder Magnussen-Gerät. Gut. Wo ist das Magnussen-Gerät? Da ist das Magnussen-Gerät. Klasse. Klasse. Wo sind die Nächsten? Los, sagt mir an. Ah! Steck fest. Nee, jetzt nicht mehr. Das ehemalige Seegewerk. Das ist ja wiederum geil. Dass sie sowas dann beachten dabei. Wo? Von nach rechts. Okay. So, wo bist du? Wo bist du? Komm schon, ich höre dich. Und der Bass ist genial. Wenn die gehen. Oh, Dreijäger. Direkt mal Dreijäger da draus gemacht. Ja, herzlichen Prüfstrom. Oh, dieser Wagen, ne? Nein, nicht erwischt. Jetzt aber. Nein, ich will nicht hin und her geschleudert werden. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt kommt noch einer in Richtung Wasserturm. Das heißt, ich habe jetzt hier mehr andere. Oh, verdammte Axt. Ey, komm schon. Ich will doch nur über dich drüber fahren. Jetzt hör doch auf, hier wegzulaufen. Mein Gott. So, mir wurde nämlich noch was gesagt. Dass man die wohl damit auch ziemlich gut erledigen kann. Na, oder auch nicht. Ja, das scheint ihn nicht so wirklich zu interessieren. Aber er kann... Wow, what, 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 what? Aua, 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 aua. Au, wa. Das hat im Übrigen weh getan. Schnell ins Auto. Schnell ins Auto. Schnell ins Auto. Rückwärtsgang. Geh weg da. Lass dich von mir aus überfahren. Wo ist jetzt weiter hin? Wo ist der Strider? Hier ist der Strider. Okay. Okay. Ich habe nur noch sechs Energie. Ich speichere mal lieber wieder vorher. Denn ich muss hier verdammt schnell rein. Komm schon. Oh, danke. Ich bin wieder halbwegs voll. Och, bei den Tränen. Warum auch nicht? Da waren sie ja schon lange nicht mehr. Oh, da vorne kommt er schon. Da vorne kommt er schon. Kommt schon, Leute. Wir müssen ihn erledigen. Schnell. Wo sind deine? Cool. Du hast keine dabei. Das ist ja noch besser für mich. Hör auf, auf mich zu schießen. Äh, Magnussen. Magnussengerät. Magnussengerät holen. Schnell, 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 schnell. Ich muss sagen, da hat er doch ziemlich was Gutes erfunden. Zumindest funktioniert es halbwegs. Vernünftig. Aber nur dank euren Tipps und Tricks. Und ich glaube, würde ich das jetzt hier machen, ohne dass ich darüber Bescheid wüsste, dass sowas geht. Hätte ich leichte Probleme. So, irgendwo da links ist der Strider. Links von mir, links, 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 links von mir. Rosselle. Ja, immer die Summenwege, die ich hier fahren muss. Ja. Jeden, den es weltweit irgendwann mal gab. Wow, okay. Das Gebäude ist dann wohl auch hinfällig. Ah, verdammte Axt. Ja, genau. Ey, hier ist doch nicht genug Platz für uns alle. Nix hier mit aufladen oder so. Nix hier mit aufladen. Ich habe den Rückwärtsgang eingelegt. Also fahr bitte auch rückwärts. Hallo. Auto. Mach das, was ich dir sage. Ja, der Blickwinkel nach hinten ist natürlich nicht allzu gut. Und der Strider nähert sich immer mehr der Basis. Das ist schlecht. Hallo. Wo zum Teufel ist der? Da ist er. Jetzt nicht mehr, hoffe ich. So, erwischt. Und zum nächsten, wo ist das nächste Magnussen-Gerät? Oh, das ist hier. Ja, toll. Jetzt genau, jetzt direkt hier rumfahren können. Weil hier gibt es, glaube ich,